Du hast von DMSO gehört und möchtest es jetzt unbedingt ausprobieren, bist dir aber noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert oder du hast DMSO sogar zu Hause stehen und hast aber immer noch so ein bisschen Respekt vor der Anwendung, dann erzähle ich dir jetzt genau das, was du wissen musst, um DMSO ganz sicher und entspannt im Alltag anwenden zu können. Zuallererst mal ganz kurz, was ist DMSO? DMSO ist eine natürlich vorkommende Schwefelverbindung. Schwefel kommt auch natürlicherweise im menschlichen und auch im tierischen Körper vor und ist Teil von Enzymen, Hormonen oder auch wichtigen Aminosäuren und spielt auch eine ganz wichtige Rolle bei einigen Stoffwechselprozessen. DMSO wirkt als Kanalöffner, das heißt DMSO hat die Fähigkeit ganz schnell und tief in die Haut und in die menschlichen oder auch tierischen Zellen einzudringen. Dort einfach gesagt bringt es schlechte Stoffe raus und gute Stoffe rein. Diese besondere Fähigkeit ermöglicht es DMSO eben auch an Stellen im Körper zu gelangen, die sehr, sehr schwierig zu erreichen sind, wie zum Beispiel Gelenkkapseln oder auch Knochenmark. Was DMSO genau ist und wie es wirkt, kannst du auch in meinem Blogartikel nachlesen, den verlinke ich dir hier unten in der Infobox. Wofür kann ich DMSO alles benutzen? Du kannst es zum Beispiel verwenden, wenn du dich verletzt, wenn du Schwellungen hast, Prellungen, Blauflecken, wenn du dich geschnitten hast, dich verbrannt hast, wenn du Narben hast, wenn du Entzündungen hast, zum Beispiel hauptsächlich auch Gelenksentzündungen oder Schleimbeutelentzündungen und auch einfach für die kleinen Alltagswehwehchen. Du kannst DMSO auch innerlich verwenden, zum Beispiel bei ja auch Gelenksentzündungen oder generellen Entzündungen im Körper oder auch bei Nervenerkrankungen oder auch einfach zur Entgiftung, denn DMSO ist ein sehr gutes Antioxidant. Jetzt kommen wir zu den häufigst gestellten Fragen zu der Handhabung mit DMSO. Die häufigste Frage bekomme ich bezüglich des Wortes Lösemittel. Ja, das macht bestimmt am Anfang irgendwie ein bisschen Angst und unsicher, braucht es aber gar nicht, wenn du einige wichtige Dinge beachtest. Und zwar sollte DMSO nicht mit Kunststoff in Kontakt kommen. Das passiert, wenn DMSO circa eine Minute lang in einem Kunststoffgefäß ist. Wie man sieht, wurden da schon Teile des Kunststoff herausgelöst. Deswegen sollte DMSO immer nur in Glasgefäßen gelagert oder auch beim Umfüllen verwendet werden. Ich verwende dazu immer diese ganz praktischen Braunglaspipettenflaschen, wo dann auch gleichzeitig schon eine kleine Glaspipette drin ist. Viele Fragen bekomme ich auch immer zum richtigen Mischverhältnis oder ob man DMSO auch pur verwenden kann. Ja, man kann DMSO pur verwenden, würde ich dir aber nicht empfehlen, wenn du gerade erst anfängst, DMSO zu benutzen. Denn DMSO hat verschiedene Wirkungen auf zum Beispiel die Haut. Es kann so ein brennendes Gefühl auftreten bis hin zu wirklich Rötungen und Juckreiz. Das kann am Anfang sehr, sehr unangenehm sein. Wenn du dich schon an DMSO gewöhnt hast, kannst du DMSO durchaus auch pur verwenden. Das mache ich auch teilweise. Jedoch gibt es so Empfehlungen, an die man sich halten kann, die dir so einen Richtwert geben, quasi wie du dann DMSO an bestimmten Körperstellen verwenden kannst. Also man teilt das quasi auf nach Körperregion, Gesicht und Dekolleté, dann Oberkörper und obere Extremitäten und Unterkörper, also sprich Beine und Füße. Wenn du dich ungefähr an diese Werte hältst, dann fährst du meistens ganz gut. Jedoch ist das natürlich kein Pauschalrezept und ist auch für jeden Menschen unterschiedlich, weil jeder Mensch auch eine unterschiedlich empfindliche Haut hat. Das heißt, du kannst dein Mischverhältnis ganz einfach anpassen, indem du entweder mehr Wasser hinzufügst oder mehr DMSO. Einmal ganz praktisch, wie mische ich jetzt mein DMSO an? Das ist wirklich einfach. Ich mache das wirklich so, ich denke mir hier eine imaginäre Linie, das ist halbvoll, das ist hier 30%, das ist hier 70%. Fülle mein DMSO ein bis zu der gewünschten Linie oder für das gewünschte Mischverhältnis, was ich gerne haben möchte. Fülle das Ganze mit gutem Wasser bis oben hin auf und verwende die Mischung dann so lange, bis sie leer ist. Außerdem ist es ganz wichtig, die richtige Mischflüssigkeit zu verwenden, denn das ist auch immer eine Frage, die häufig gestellt wird. Was ist denn überhaupt gutes Wasser? Was gutes Wasser ist, darüber habe ich einen ausführlichen Artikel geschrieben, auch den verlinke ich dir hier unten in der Infobox. Die Mischung wirkt ja als Verstärker, bringt Stoffe tief in deine Zellen hinein und wenn du jetzt zum Beispiel einfach Leitungswasser verwendest, das leider heutzutage sehr, sehr verschmutzt ist, dann bringst du diese Stoffe in deinen Körper hinein, was du ja eigentlich genau nicht möchtest, denn du möchtest ja gerne entgiften und deinem Körper was Gutes tun. Daher achte immer darauf, dass du, wenn du es mit Wasser mischt, gutes Wasser verwendest. Ein weiteres praktisches Beispiel, wie wende ich dem jetzt auf der Haut an? Ich nehme einfach hier meine Pipette, tropfe da ein paar Tropfen auf die betroffene Stelle und tupfe das Ganze dann ein. Wenn du es eintupfst, dann öffnest du quasi deine Poren, aktivierst deine Poren und so kann es dann gleich viel schneller und tiefer eindringen. Noch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn du Medikamente nimmst, wie ich eben schon gesagt habe, DMSO verstärkt alles, was ihm quasi in die Fänge kommt. Wenn du jetzt also Medikamente benutzt, wie zum Beispiel Blutverdünner oder du nimmst Schmerzmittel oder du benutzt Blutdrucktabletten, dann solltest du dir im Klaren sein, dass DMSO die Wirkung noch verstärkt. Das heißt, dass du möglicherweise die Dosis deiner Medikation anpassen musst und das solltest du natürlich am besten mit deinem Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten absprechen. Außerdem höre ich ganz oft irgendwelche komischen Warnhinweise, dass man aufpassen muss, dass DMSO gefährlich ist. Das stimmt alles nicht. Ich kann das bestätigen, ich benutze DMSO bereits seit fünf Jahren. Ich benutze DMSO auch teilweise pur und mir geht es gut, mir ist noch nie was passiert und wenn du einige wichtige Dinge beachtest sowie eben aufgeführt, dann ist DMSO absolut sicher. Wo du DMSO kaufen kannst und was du unbedingt beim Kauf beachten solltest, das kannst du hier unten in der Infobox auch noch einmal nachlesen. Ich hoffe, deine Fragen sind jetzt beantwortet und du kannst jetzt richtig durchstarten mit DMSO. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie einfach in die Kommentare. Ich beantworte all eure Fragen. Weitere Videos zu DMSO zu ganz bestimmten Anwendungsbereichen findest du bereits in meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal durchschaust. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald!